Alle Kinder stehen vor dem Torhaus, nur nicht Gerlinde, die baumelt im Winde. Vor dem Torhaus des Welfenschlosses in Herzberg am Harz steht die Konradlinde und ist ein Zeugnis dafür, dass es sich hierbei auch um einen alten Gerichtsstand handelt. Das Naturdenkmal Konradlinde steht vor dem Torhaus des Welfenschlosses in Herzberg am Harz, der sonnigen Südharzmetropole und Esperanto-Urbo. Dieser schöne Baum kann besichtigt werden, wenn man den Weg zum Schloss hinauf wagt. Hier gibt es ein Museum und ein Schlosscafé, die zum Besuch einladen. Ich empfehle ausdrücklich den Besuch in unserem Museum, denn dort können Sie mehr über das Schloss und die Region erfahren. Die Konradlinde ist eingezäunt. Wir wollen mit dem Naturdenkmal natürlich pfleglich umgehen. Das ist also ein alter Gerichtsstand, den man hier besichtigen kann. Auch heute befindet sich noch das hiesige Amtsgericht im Jagdschloss in Herzberg am Harz. Das ist also etwas, was die Zeit überdauert hat. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.